Musik Die Energiesparlampe, ein Wunderwerk der Technik. Sie macht die Glühbirne endlich überflüssig. Zugegeben, sie hat ein paar klitzekleine Schönheitsfehler. Im Gegensatz zur Glühbirne strahlt sie elektromagnetisch, hat sie ein völlig unnatürliches Lichtspektrum und sie hat ein paar störende chemische Ausdünstungen. Aber wer Fortschritt will, muss Opfer bringen. Das muss einfach einleuchten, schon wegen der Umwelt. Genau, und dorthin bringt sie endlich das lange vermisste Quecksilber zurück, das uns verbohrte Gesundheitsapostel unter den fiebrigen Achseln und aus den Zähnen gerissen haben. Jedes Quecksilberatom richtet einen Schaden an. Und da reichen eben ganz geringe Mengen, um böse Krankheiten auszulösen. Und gerade als Quecksilberdampf ist es extrem toxisch, weil dieser Quecksilberdampf über die Atmung praktisch komplett resorbiert wird. Und das reichert sich eben an und macht immer ein bisschen mehr krank. Und jedes kleinste bisschen Quecksilber macht ein klein bisschen dümmer. Lassen Sie sich nicht irritieren. Kaufen Sie die Energiesparlampe. Schon 5 Milligramm Quecksilber reichen, um Ihnen und Ihren Lieben einen modischen Haarschnitt zu verpassen. Hunderte von Kilogramm Quecksilber jährlich werden so allein die deutsche Erde bereichern. Und das alles ohne zermürbende Endlagerdiskussion. Also, kaufen Sie die Energiesparlampe. Das muss einfach einleuchten. Das muss einfach ein bisschen mehr. Oh ein sicher. Aber es gibt alles ohne zermürbendeÉ. Und das ist es wenn ich mich noch nicht поехale.